Hey, Maria, wie geht es dir? Wie läuft dein Deutschlernen? Hallo, Paul. Mir geht es gut, danke. Mein Deutschlernen läuft langsam, aber ich mache Fortschritte. Es ist eine Herausforderung, aber ich bin motiviert, die Sprache zu lernen. Wie sieht es bei dir aus? Das freut mich zu hören, Maria. Deutsch zu lernen ist wirklich nicht einfach, aber mit der Zeit wird es besser. Ich kann mir vorstellen, wie du dich fühlst, da ich auch eine neue Sprache lerne. Welche Schwierigkeiten hast du beim Deutschlernen? Oh ja, es ist definitiv eine Herausforderung. Besonders die Grammatik bereitet mir manchmal Schwierigkeiten. Die ganzen Fabkonjugationen und die verschiedenen Fälle sind nicht einfach zu beherrschen. Aber ich übe regelmäßig und versuche, so viel wie möglich zu sprechen. Wie gehst du mit den Schwierigkeiten beim Sprachenlernen um? Grammatik kann tatsächlich kompliziert sein, besonders in Deutsch. Eine Sache, die mir geholfen hat, ist das Üben mit Muttersprachlern. Ich versuche, so viel wie möglich zu sprechen und Fehler nicht zu fürchten, da sie zum Lernprozess dazu gehören. Außerdem höre ich gerne deutsche Musik und schaue Filme auf Deutsch, um mein Hörverständnis zu verbessern. Hast du irgendwelche Tipps, die du mit mir teilen kannst? Das klingt nach guten Strategien, Paul. Ich finde es auch hilfreich, deutsche Texte zu lesen und dabei unbekannte Wörter nachzuschlagen. So erweitere ich meinen Wortschatz und bekomme ein besseres Gefühl für die Sprache. Außerdem schaue ich mir gerne deutsche Serien mit Untertiteln an, um mein Hörverständnis zu trainieren. Hast du vielleicht Empfehlungen für deutsche Bücher oder Filme? Das sind ausgezeichnete Tipps, Maria. Wenn es um Bücher geht, könntest du mit der Vorleser von Bernhard Schlink oder die Blechtrommel von Günter Grass beginnen. Beide sind bekannte Werke der deutschen Literatur. Was Filme angeht, könnte ich dir Goodbye, Lenin oder Das Leben der anderen empfehlen. Und Kultur. Ich hoffe, dir gefallen diese Empfehlungen. Das klingt super, Paul. Es ist wichtig, sich konkrete Ziele zu setzen. Mein Hauptziel ist es, meine Deutschkenntnisse auf das Niveau B1 zu bringen, damit ich mich im Alltag gut verständigen kann. Ich plane auch, an einem Sprachaustausch teilzunehmen, um meine Sprechfertigkeiten zu verbessern. Langfristig möchte ich sogar das Goethe-Zertifikat erreichen. Es gibt also noch viel zu tun. Das hört sich nach einem soliden Plan an, Maria. Ich bin zuversichtlich, dass du deine Ziele erreichen wirst, besonders mit deiner Motivation und Ausdauer. Ich wünsche dir viel Erfolg auf deinem Weg zum Goethe-Zertifikat und stehe gerne als Sprachpartner zur Verfügung, falls du Lust hast. Vielen Dank, Paul. Das hört sich großartig an, Maria. Ich bin auch begeistert von der Idee. Wir können einen Termin vereinbaren und uns regelmäßig treffen, um Deutsch zu sprechen und voneinander zu lernen. Ich bin sicher, dass wir Fortschritte machen und uns gegenseitig motivieren können. Lass uns darüber in Kontakt bleiben und den nächsten Schritt planen. Auf jeden Fall, Paul. Ich freue mich schon darauf. Lass uns unsere Kontaktdaten austauschen, damit wir uns leichter erreichen können. Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam viel erreichen werden. Bis bald und nochmals vielen Dank für deine Unterstützung. Gern geschehen, Maria. Ich freue mich auch sehr darauf. Ich werde dir meine Kontaktdaten schicken und bin gespannt auf unsere gemeinsame Lernreise. Wir werden definitiv gute Fortschritte machen. Bis bald und viel Erfolg beim Deutsch lernen. Ich freue mich auch sehr darauf.